Ja, Sicherheit vielleicht? Okay. So, okay, ich hab ihn umgebracht. Der hat jetzt Ausrüstung. Ja, ich auch. Okay, ich hab ihn umgebracht. Loll. Sagt wohl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars. Zusammen mit dem Kevin Schlow. Hallo. Ja. Und wir spielen Bad Wars 8 vs. Also 8 Teams mit je 2 Spielern kommst du. Ich hab übrigens ne neue Leidenschaft gefunden. So war 38, da ist grad keiner drauf. Oh, ne, nicht die Map, ey. Okay, die Map kenne ich nicht mal wirklich. Ja, ja, ja. Oh, wenigstens haben wir das Eisen bei uns. Ach. So, okay. Gorgor, ähm. Das ist meine Lieblings-Map. Fahre, die Frage natürlich. Hust, hust. Na geil, es gibt ja nur. Bau mal ein Schwert. Ja, klar. Bleib ruhig. Schnell. Das ist echt triggend. Ja, hier. Brauchst du oder brauchst du nicht? Nein, du kommst einfach mal mit. Ich hab zwei Schwerte gemacht. Hm. Oh, ne, da treffen sie sich schon. Da treffen sie sich schon. Oh, Junge. Da treffen sie sich schon. Oh, mein Gott. Na, bist du hier bei mir? Ja, ich bin hinter dir. Ich sneak hinter dir. Warum baue ich mich richtig? Nein. Jetzt kriegt das jetzt. Ja, du baust dich genau richtig. Wie weit noch? Ich hab hier wieder Blöcke. Noch 16 Block, glaube ich. Also, wir könnten jetzt schon theoretisch jumpen. Wäre möglich. Du bleibst da. Okay, bleib da. Ähm. Hast du einen Block? Ne, das ist ja das Problem. Hol mal bitte einen Block. Ein Block? Oh, mein Gott liegt hier viel Material. Komm schnell. Ey, ich hole. Ich treu mich nicht so richtig. Oh, mein Gott. Wir werden schon bombardiert. Na super. Geil. Ich hab 625 und werde gleich sterben wahrscheinlich. Oh, nein. Nein. Komm jetzt. Töte ihn. Ja, ja. Na geil. Dankeschön. Was? Jetzt komm noch mal. Oh, mein Gott. Dann springe ich halt. Ja, Sicherheit vielleicht. Okay, spring in den Tod. Ich muss jetzt mal Wett zu bauen. Ja, super. Ich hab 7,85 Level verloren, weil du zu inkompetent warst. Boah, Alter, Mann. Warum ist denn hier ein Lilander? Jetzt auf einmal echt, ne? Warum ist denn hier ein Lilander? Was macht denn der hier? Weiß nicht. Der wird sich gerade die Spitze gekauft. Wörter aber nicht kriegen. Warte. Oh, nein. Ja, 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 ja. Na geil. Ah, nein. Er war ein Block davor. Nein, 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 nein. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Das ist weg total. Ja, nice. Oh, nein. Was haben wir jetzt? Was sollen wir jetzt mal machen? Ja, geil. Ja, super. Ja, komm. Schieß uns doch ab. Was ist denn das für eine dreckige Kacke, Alter? Nope. Das wirst du nicht kriegen. Das wirst du nicht kriegen. So, okay. Ich hab ihn umgebracht. Mein Gott, was soll ich jetzt machen? Schwert? Ja, klar. Ein Schwert. Okay. Ich mach für uns beide ein Schwert mit Level. Nein, ich hab's schon. Okay, dann mach ich. Ich hab ein 150er Schwert. So. Oh, Mann, ey. Das ärgert mich grad total. Ja, wir sind einfach. Das ist nicht schlecht, Horst, mir Blöcke zu bringen. Ja, jetzt auf einmal ich. Ja, genau. Ja, hallo. Ich hab da fast zwei Minuten gestanden. Die kamen alle. Ja. Du hättest nur einen Block kaufen müssen oder so. Äh, das geht schlecht. Man muss immer einen Pack kaufen. Ja. Aber 20 Meter. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. 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 Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Jo, alter. Ein zweieinhalb Herzen überlebt, ey. Heidegut. Ist das wieder ordentlich zugebaut? Ja, er hat's noch gar nicht mehr angerührt. Golden Apple fressen. So. Oh nein, der kommt schon wieder. Der kommt. Der kommt. Der ist tot. Alter, dass er da ist. Leider ist er sich tot. Er ist tot. Ja. Okay, ich brauch mal ne bessere Rüstung. Jetzt. So, du musst dich auch mal ausrüsten. Warum rüstest du dich nicht aus? Ja, weil ich hier vielleicht mal was beschütze, weil er ja irgendein Moment wiederkommen könnte. Trotzdem kann man sich ausrüsten, nebenbei. Ich würde dich auch Sachen kaufen. Nein, beschützt du mich jetzt mal. Da kommt schon wieder, da kommt. Ja, no way. Der hat jetzt Ausrüstung. Ja, ich auch. Okay, ich hab ihn umgebracht. Lol. Das sagt wohl. Von der anderen Seite kommt... Ah, nee, doch nicht. Komm jetzt, da. Beeil dich mal. Hast du ne Spitzhacke? Nein, noch nicht. Kauf mal eine. Hab. Kauf mal eine, bitte. Hab ich. Okay. Soll ich dir geben, oder soll ich das Bett bauen? Pass auf, der ist fast tot. Geh, schnell. Komm, mach, mach, mach weg. Ja. Mach weg, kümmer dich. Boah. Sind die tot? Ja. Lass uns Material mitnehmen. Das war cool. Okay, er ist tot. Wollt ihr ja gerade zu unserem Bett? Ja. So, wir müssen hier unser Monopole errichten. Ich geh nochmal in die Mitte. Oh, da ist die Magenta. Ich, äh, mach das... Nein! Pass auf, die werden kommen. Nein, okay. Ich werd abgeschossen. Hä, wo sind die denn? Leute, jetzt bin ich eingebaut. Ernsthaft? Oh. Nein, nein. Mach, mach. Bleib da, bleib da. Mach dein Ding. Gut. Soll ich uns noch ein bisschen schützen? Ach, das ist eigentlich nicht nötig. Ich brauch dann nur wieder einen neuen Bogen. Du bleibst lieber mal hier. So, jetzt können die hier nie mehr rein. Die auch nie mehr raus. Nein, mein Spaß. Wir können auch raus, glaube ich. Ja, wir können auch raus. So, ich hab noch nicht so viel. Ich brauch ein bisschen was für einen Bogen. Oh nein, oh nein, der baut den Weg zur Mitte ab. Oh nein. Oh, jetzt komm, ich brauch einen Bogen. Und dann gib mir deinen. Oder hast du einen überhaupt? Ja, ich kann mir einen Bogen machen. Jetzt komm, mach. Oh nein, ich werd abgeschossen. Zwei Herzen. Reg dich jetzt bitte nicht auf, okay? So. Ich muss jetzt mal wieder Material sammeln. Bist du tot? Nein. Ich dachte, du kannst ihn dir jetzt kaufen. Ich würde die so gerne abschießen, aber ich kann ja nicht. Ja, weil ich vielleicht jetzt gleich auch einen Bogen kaufe. Mein Gott, bleib doch mal ruhig. Hast du einen Pfeil? Ja, loko. Na gut, dann hier nimm. Ist erstmal Level 1er. Das ist eigentlich egal. Der Rückstoß ist das Beste daran. Oh, ich seh die nicht. Ich kann nur raten, wo die sind. Ich mach einfach mal Farb plus. Ich seh die nicht. Wie, du siehst die nicht? Na siehst du die. Nö. Sind die da noch in der Mitte? Und bohrst du das ab? Na, vielleicht können die von der anderen Seite kommen. Können doch sein. Das hier ist eine Alarmanlage, der Block. Nicht abbauen, okay? Oh, Team Grün, okay, wir sind Team Grün. Nein, wir sind schwarz. Schwarz wieder tot. Oh, ha, ha, ha. Hey, ich kann dir, du kannst auch gleich einen Bogen kaufen. Mh, soll ich, soll ich einen Pfeil? Ja, kaufen Pfeil. Hab ich. Das ist ein Level 1er, gell? Gut, ich ordne es jetzt erst hier mal. Ich brauchst ja mal eine Spitzhacke für 50. Hier, 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 hier liegt deine. Still Level 2. Oder 3, ich weiß gar nicht. Gut. Ich bin bereit. Da hinten ist er, da hinten ist einer. Oh nein. Das ist rot. Soll ich mich hin teleportieren? Nein. Was bringt's dir? Ein Bett abbauen? Ah, ich kann's eh nicht machen. Ja, getroffen. Nice. Ja, aber leider ist es nicht tot. Es ist nicht tot. Hm? Hm. Oh, Team Rotbettel wurde zerstört. Jetzt ist nur noch Team Magenta gegen Team Schwarz. Am Start. Ja gut, ähm, das werden wir wahrscheinlich gewinnen. Also, das ist wahrscheinlich eine Werderrunde. Hm, glaub ich nicht. Wer weiß. Wir sind übel gut ausgerüstet. Okay, ich hab' mir den besseren Postpanzer gekauft. Hm? Ich find' das war ne gute Investition. Ja, wenn ich die nur sehen wollte, Gottverdammt. Ich seh die ja nicht. Ich könnte mir jetzt ein 2, ein Level 2 Bogen machen. Und dann könnte ich die dann geben. Weil du bist besser. Ich komm bestimmt in einer enderpaulicher Herr oder so. Du hast ein besseres, du hast besseres. Da sind sie. Skills. Hier, nimm'n Level 2 Bogen. Was für ein Level Aua? Hast du ein Level 2 Bogen? Oh mein Gott, fast tot. Ja, komm. Als ob. Wie können wir uns denn jetzt treffen? Als ob. Brauchst du ein Level 2 Bogen? Die komm, die komm, die komm. Die komm. Ich brauch' noch ein bisschen was für'n... Ja, ich hab' kein Pfeil. Bist du auch auf dem Held. Die komm, die komm. Der kommt. Der kommt. Oh! Ja, was soll ich denn machen? Du hast mir kein Schwert gegeben. Ja, ich bin Tor. Nee, ich lebe noch, ich lebe noch. Nee, ich bin tot. Ich wusste ich doch, dass das passiert. Na gut. Aber es war ne coole Runde. Das war's für diese Runde. Wir waren Zweiter geworden. Wir sind Zweiter geworden. Ja, lasst mal eine Bewertung da und ein Abo bei uns beiden. Ähm, xx-tatz ist bei mir natürlich verlinkt in der Beschreibung. Na, du mir auch, ja. Und dann bis zur nächsten Episode-Folge irgendwas. Und ja, dann... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.